OneDisplace ist das digitale Ökosystem für Büroimmobilien. Unternehmen, die OneDisplace nutzen wollen, können den Service entsprechend einkaufen. Und mit dem Service bieten wir dann verschiedene Use Cases für Nutzerinnen und Nutzer in Gebäuden an. Zum Beispiel den Bereich Intelligent Parking, Workspace und auch Community Features mit News und Updates. Der Bereich Intelligent Parking funktioniert so, dass Nutzerinnen die App OneDisplace runterladen. Und in dieser App können sie ihr Kennzeichen hinterlegen, können sich einen Parkplatz buchen und dann am Tag entsprechend kontaktlos in die Tiefgarage einfahren. Wie funktioniert das kontaktlose Einfahren? Wir installieren an den Schrankenanlagen Kennzeichen-Erkennungssysteme von Bosch. Die Kamera ist von Bosch, das System wird auch von Bosch installiert. Und die Berechtigungen und die Messages von dem Nutzer werden über die Bosch IoT Suite verarbeitet und im Bosch Device Management entsprechend abgelegt. So dass wir damit einen Komplett-Service zur Verfügung stellen können und der Nutzer kontaktlos in die Tiefgarage einfahren kann. Wir können damit auch E-Ladeparkplätze buchbar machen. Und unser neues Feature, an dem wir arbeiten, ist das Buchen von Arbeitsplätzen im Bereich Workplace. Und bei Workplace kann man eben dann auch den Arbeitsplatz buchen. Und es funktioniert so, dass der Nutzer, die Nutzerin abends auf der Couch den kompletten Arbeitsalltag organisieren kann. Bucht sich einen E-Ladeparkplatz, einen normalen Parkplatz, einen Arbeitsplatz und kann dann ganz beruhigt in den nächsten Tag starten. Wir wollen diese ganze Produktpalette auch noch weiter ausweiten mit weiteren Services, die dann in Folge noch kommen werden, sodass es ein wirklich schönes digitales Ökosystem für Gebäudenutzerinnen werden kann.